Hallo und herzlich willkommen zurück bei Endlich sind wir wieder 3, KSL Ultimate. Endlich sind wir wieder 3. Mit dem Garden der Sosa und meiner Wenigkeit im Loxion. Alle 3 zusammen. Alle 3. Wir dürfen wieder zusammen spielen. Spielen! Für diejenigen, die sich die Folge bei Lox nicht angeschaut haben, die sollten das vielleicht mal nachholen, weil er hat Dinge getan. Ganz böse, die wir. Wenn man hier draußen sieht, steht auf einmal eine Baumfarm. Und das Haus wurde abgeändert und der riesige Tank ist da. Und keine Ahnung, er hat, was weiß ich. Ich muss mir die Folge auch noch anschauen. Ja gut, es sind ja jetzt, im Moment, wo wir gerade aufnehmen, sind ja noch nicht alle draußen. Für mich, ja. Für die Zuschauer schon. Der schweigt da. Das war jetzt zu viel für ihn. Ich merke es. Habe ich? Habe ich. Gut, weil dann, ich wollte ja, genau die Runic Amor. Boah, heute ich nix reden. Kann. Tun. Du nix arbeiten auf dieser Baustelle. Ich nix arbeiten auf Baustelle. Wow, die, die, die Zells. Wieso werden die denn... Ah. Fast leer. Sie sind leer. Ähm. Ähm. Ähm, das ist ein Grundelement. Da mal. Geh mal jetzt, äh... Husens Hirn. Soll ich jetzt für Hus sammeln oder ein Ender Quarry bauen? Ich will Ender Quarry bauen. Boah, Ender Quarry. Das ist bei mir wohl nicht dringend. Boah, Ender Quarry. Auch sich erledigt haben. Es sei denn, es wird sofort verarbeitet. Könntest du da bitte nachschauen? Äh, es wird nicht sofort verarbeitet. Gar nix. Nein. Gar nix. Boah, dann lassen wir das auch erst mal so. Ender Quarry, Ender Quarry, Ender Quarry. Ich brauche Bücher. Ich brauche, äh, vier Bücher. Was soll ich leben, was soll ich leben. Toll, jetzt war ich eben auf Toilette und habe meine Level abgelegt. Wie kriege ich die jetzt wieder? Logs? Ach, du willst... Ja, dann musst du, äh... Ach, nee, warte. Da geht der automatisch hier. Ja, ist okay, ist okay. Hä? Der Tisch. Ja, ja. Weil das doch dauert. Ach, das hat er da hin müssen. Nee. Ja, gib. Du holt. Zip hier der Geist. Und ich nehme hochverzauberte Bücher, weil ich dann da gleich mehr Holz draus kriege. Hochverzauberte Bücher. Ja, mit verzauberten Bücher kriege ich, äh, Magic Wood. Oder Magical Wood. Das brauche ich für... Das brauche ich. Das brauchst du für, das brauchst du. Okay. Das ist, äh, ja. Weil ist so. Ausgründen. Ausgründen. Und, ähm, ähm... Mal gleich an mit dem Ende. Nee. Nee. Das... Natus... Das... Machst du wahrscheinlich viel zu kompliziert. Hier in Wasser. Nein, erst das. Hier in Wasser. So. Das... Das müsste ich nicht Feuer haben. Dann so. Das System ist voll. Das ist nicht so gut. Nee. Na, wollte ich gar nicht. Oder wir haben kein Gold mehr. Bitte sag nicht, wir haben kein Gold mehr. Gold... Ja, Gold ist, äh, generell Mangelware. Ach, steht, das ist mit der Neu. Für uns so. Ähm, und... Das könnte genau eins zu wenig sein, oder? Warum ist das da noch? Potenzier... Und, äh, davon... Habe ich auch eine Kerze? Ah, nein, ich kann die Kerze hier gar nicht verwenden. Fuh. Shit, der sitzt eng. Ja, ja, das wird cheesed. Ähm, da. Ach, scheiße, nein. So. Och, ich mache es auch ganz kompliziert. So. Wo ist denn hier der Pool bereits, sag? Habe ich gegessen. Kocht und gegessen. Habe ich gegessen. Runic Armor. Ach, du heilige Scheiße. Also, nehmen wir den da. Ich bin blind. Was sind wir denn da? Runic Google ist auf Review. Blind, okay. Und die abrätseln ich auch gleich, wenn ich dabei bin. Ähm. Auch, äh... Bei auf jeden Fall. Und jetzt mache ich... Runic Headpiece. Okay, wie mache ich das? So. Bei davon. Genau. So, jetzt habe ich die... Jetzt brauche ich... Okay, womit. Erstmal einen Schluck trinken. Hier einmal... Ich brauche nochmal zwei Augen, okay. Augen? Wieso hast du drei Augen? Nein, zwei Augen. Nein, zwei. Nein, nein. Was habe ich gesagt? Was brauche ich jetzt? Drei Augen. Nee, vier Eimer. Vier Eimer. So. Ein Eimer Wasser. Lass dich nicht verwirren. So spät. Ist es dann ein Creeper? Achso. Das ist der Creeper-Kopf. Und ja... Moment, wir haben... Ähm... Keinen einzigen Eimer übrig? Habe ich gegessen. Wir sind im Ding-Terminal drin. Wo ist denn eigentlich mein Access-Terminal? Was ist der Ding-Terminal? Der Flut-Terminal. Das Wasser. Flut-Terminal? Jetzt wahrscheinlich. Deins sind sie auch nicht. Ähm... Eimer habe ich gebraucht. Oh Gott, ich kann es mir nicht merken. Ich muss jetzt mal aufschreiben. Dann muss ich... A Chanted Fabric muss ich noch craften. Okay. Strings und Wouleh. Einer? Haben wir irgendwo Lava? Slava, Lava. Ja, und? Wouleh? Haben wir Wouleh? Ach, warum schreibe ich jetzt? Ach, das ist Lava, ja. Ich glaube, es waren bestimmt noch öfters. Wir benutzen immer noch die Treppe, gell? Ja. Warte mal, hier ist noch ein Silberwood-Rod. Wollte ich dir mal machen. Ja, den hast du doch... Ach nein, den wollte ich noch machen, aber den konnte ich nicht, weil ich zu wenig Ding habe, deswegen wollte ich die Ding machen. Äh, die, 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 die. Ja. So, der weiß, was ich meinte. Das reicht mir. Ihr heute mit eurem Ding und Bums und überhaupt. Ding-sen, Bumsen, ja, okay. So, jetzt brauche ich noch zwei davon. Ja, den Stab. Kann ich noch drei machen? Habe ich hier nochmal einen Stab? Ach ja, werte Herr Kaden. Ja, bitte. Ich habe deine Folge gesehen, hier liegt Null vorum. Ja. Ähm, ich habe deine Folge gesehen, wo du mir vorgerechnet hast, wie viel ich fürs ME-Crash... Ja, es sind 32. Ich habe aber auch eine Anmerkung gemacht, dass es 32 sind. Ja, das habe ich gesehen. Kam in der Folge dann zu spät. Nein, warte, habe ich die nicht noch? Entschuldigung. Wie mache ich da jetzt? Ach, komm, wir brauchen das Ganze. Habe ich. Hallo. Ich habe aber zu deinem Glück nur 31 gemacht. Warte mal. Das ist zu wenig. Ich habe mir dann auch in der Folge gedacht, nee, ich habe mir glaube ich am Tag danach... Ich weiß nicht, wie ich da draufkomme, aber ich habe das nachgerechnet und bin auf den Schluss gekommen, nee, das sind irgendwie 32. Dann habe ich das direkt angemacht. Und ich 42. Ja, genau. Weil ich mich am 1-10-Einschritt vertan hatte. So, I have now 32. Dann baue ich den Rahmen doch schon mal auf. Chanted. Haben wir noch Nitor über? Tatsache. Ich könnte sein, dass ich auch noch ein bisschen was... Ich habe noch ein bisschen Thumbcraft-Zeugs in meinem Beutel immer mit drin. Habe Iridium, nein. Das ist nicht Thumbcraft. Alumentum. Amion? Nein, brauche ich auch nicht. Nein, brauche ich gerade auch nicht. Ein Stargate-Controller? Der Primal Charge, äh, Charm, verbraucht es sich? Wenn ich den Infusion-Table packe? Wahrscheinlich schon. Äh, in der Kerninfusion. Ja. Okay. Der wird ja eingesogen. 1, 2, 3, ja, dann mache ich mir jetzt schnell 9. Ja, stimmt, so teuer ist der gar nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Warten braucht 9 Charm. Ich brauche 9 Charm, ja. Haben wir noch Salis Mundus? Nach Karten sucht Frau, komm jetzt. Mutter, Mutter, Mutter machen. Muss ich machen. Ja. Wie ging das nochmal? Näh, 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 näh. So, den habe ich jetzt auch. So, so. Ja, scheiße, das war meine Dirhacke. Hallo? Brauche ich auch noch? Steht gar nicht der Ton. Jetzt, jetzt kann ich das machen. Jetzt kann ich das machen. Äh, äh, in. In, in. Ich habe eine Hintergräuhr. Hä? Sutter, wie macht man das? Ich finde es gerade nicht. Salis Mundus, du nimmst, äh. Ach, da, ich sehe es gerade. Hier, nimmst du zwei Essenzen. Und einen, einen, einen Schad. Und, und machst es auch. Ah, man kann es auch mit Mana Bohnen machen. Okay. Ja, aber wir haben keine Mana Bohnen mehr. Deswegen, hier die Essenzen. Und da ein Schad. Oder mehr Schad. Ein hätte gereicht, danke. Ähm, und was ist mein Stäbchen? Da ist mein Stäbchen. Okay, einmal Salis Mundus. Okay, danke. Und dann, oh Gott, das muss ich mal schauen. Salis. Nicht, doch, das da. Air, Fire, Water. Okay. Air, Fire, Water. Mountain, Earth, Order, Perdizio. Und was kommt dann jetzt noch dazu? Lass mich raten, das ist bestimmt Gold. Ja. Haben wir noch Gold? Ja, ein bisschen. Ender Cry. So, jetzt brauche ich ohnehin einen Tesseract. Also? Unten steht einer, der übrig ist. Aber wir haben ja keine Energie. Doch. Äh, ein bisschen Energie haben wir schon. Könnte ich mir auch einen Generateur mitnehmen. Ein, ein Finanza-Generateur. Äh, reicht der? Wenn ich da Kohleblöcke reinschmeiße, dann reicht der. Kreatörer durch Generateur. Und ein bisschen Kohle haben wir also. Dann, so, so. Soll ich den Finanza-Generator mitnehmen, oder soll ich mir einen machen? Äh, mach dir lieber einen, weil, äh, die zwei Generatoren da unten. Sehr gut, ich mach mir einen. So, hab ich denn jetzt alles? Also, ich weiß ja nicht. Ja, sehr gut, ich mach mir einen. Jetzt maul mich nicht an. Ja, ich kümmere dich drum. Ja, genau. Ist gut, Dirk Bach, ist gut, Dirk Bach. Eben. Gold. Ähm. Hab ich. Mal kurz zur Frage in die Runde. Ist es gerechtfertigt, dass Sota mich Dirk Bach nennt? Na los. Bring den Beweis. Los, do it. Sag es. Sag es, sag es. Sag es. Nein, ich trau mich nicht. Komm, sag es. Das geht, glaub ich, nicht. Tut den Zuschauern dann im Ohr weh, wenn ich das jetzt so... Love is everywhere. Do it. Nein, es ging, es ging darum. Jetzt, jetzt kommt's. Let's Bach talk's. Bei... Aber nicht drum rum. Mach es. Warte, ja. Nein, äh, bei Schillerstraße. Ich hab ab und zu Schillerstraße angeguckt. Bei YouTube. Und, ähm, da war ja auch des öfteren Dirk Bach mit dabei. Da gab's ne Folge. Da wurde Dirk Bach dazu angewiesen, ähm... Ja, ich weiß nicht. Die haben sich, glaub ich, gestritten. Und er sollte irgendwie verkörpern, dass da ganz viel Liebe im Raum ist. Mhm. Und er war in dem Moment irgendwie betrunken oder sowas. Und, äh, hat dann nur gesagt, es ist so viel Liebe im Raum. Na also, Dirk Bach. Der weiß erbracht. Vielen Dank. Und Sota dreht sich um und hat gesagt, Dirk Bach ist alive. Dirk Bach Revival. Ja. Ja, ich hab gesagt, also entweder nenne ich ihn ab heute Knutschkugel oder Dirk Bach. Ich weiß nicht, was besser ist. Naja, Knutschkugel war ja quasi sein, sein Spitzname. So, ich brauch noch einen Ender-Chest. Ender, 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 Ender. Ja, perfekt. Wo haben wir das letzte Mal das Potenzia hergenommen? Aus welchem Material? Was? Kohle. Ah, danke. So. Was brauch ich denn jetzt doch für das Crafting-System? Die Wände, gell? Das da. Konanzer-Generator für... Ah, nee, warte mal. Stoff. Ach, Heat-Wend, gell? Sind doch die... Ja. Kulenz, ja. Cool. So, dann suche ich mir mal ein Fleckchen. Oh, Gott. Wo ich den Quarry aufstelle. Wo soll ich denn aufstellen? Ähm. Das hat doch Potenzial. Die Wasserwelt ist ja doof. Das ist ja nur Nether... Äh, äh, Netherbrings unten oder Netherrack. Ja. Äh, Leute. Das Biom hat sich hier verändert. Hm. Ich war's nicht. Um meinen Baum, der diese Aura enthält, hat sich das Biom in Magical Forest verändert. Okay. Ah, ja, stimmt. Das wurde in die Kommentare geschrieben. Mir, ehrlich gesagt, nicht aufgefallen. Aber... Gut zu wissen. Also, wir müssen nicht mehr so weit reisen, um ein Magical Forest zu finden. Ja. So, Karten. Ähm, wie viele Heat-Wend brauche ich jetzt? Äh, vier für jede Seite sind sechs Stück, also 24. Und diesmal ist es richtig. Kann aber nur einen machen. Was soll der Scheiß? Dann hast du ein Problem. Dann hast du kein Eisen. Ja, wo soll ich den Ender-Cory aufstellen? Alter, wie viele Kühe sind die hier drin? Ach, ups, da ist ja noch Potenzial drin. Nicht in der Welt am besten, oder? Der leckt nicht. Ja, trotzdem. Schätzelein, da passiert überhaupt nichts. Schätzelein. Du siehst nicht mal, dass er da... Doch, du siehst, dass er da abgebaut hat, weil der setzt gegen Ende noch mehr Blumen. Hümmchen. Ja. Chicken. Aber es verändert sich überhaupt nichts. Du siehst nur ein paar Partikel, dass er genau da jetzt gerade arbeiten tut. Ähm, gut. Ach, dass er mir den Busch wieder weglegt. Was mache ich noch? Ach, ne, dich wollte ich jetzt. Gold, Gold-Zombie, Gold-Zombie, gib mir dein Gold. Danke. Ach, ne, davon habe ich erst 19. Ähm, den Schatz ist dieses Magik-Dings, gell? Oder in Wood, Silverwood, Greatwood. Stimmt. Wo haben wir davon... Wie flammen wir denn davon? Hm. Warte mal, ich habe die... Ha! Karten! V-Mommy, komm, aufpacken. Äh, wieso hast du jetzt da oben Kohleplacke reingetan? Ja, weil die effizienter sind. War, war. Es geht nicht darum, dass sie effizienter sind. Ich will das Holz verbrennen, dass wir so viel haben. Ja, dann mach aus Holz, Holz, Kohle. Ich will nicht, dass es effizient ist. Ich will die 12.000 Holz verbrennen, die wir haben. Gut, dann nimm die Kohleplacke wieder raus. Ist ja gut. 12.000. Hm? Ja, ist ja gut. 1.000. Äh, Pharmometer auspacken. Genau, weil... Ja, habe ich, danke schön. Warte. Den da? Ach, noch. Habe ich schon. Hast du schon. Äh, was haben wir noch? Den haben wir auch schon, den haben wir auch schon. Äh, 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 achso. Das hat bestimmt auch... Habe ich auch schon. Warte, was haben wir noch? Hey, da ist noch was. Oh, die kenne ich noch nicht. Dankeschön. Was haben wir da noch? Oh, guck mal. Habe ich schon. Was zur Hölle, hast du denn noch nicht? Weiß ich nicht. Stimmt, die habe ich noch nicht. Na toll, eine Eule. Haben oder nicht haben? Hm. Noch nicht. Oh, das habe ich auch noch nicht. Geht auch gar nicht. Das habe ich auch noch nicht. Ah, nee, geht nicht. Habe ich schon. Auch noch nicht. Ja, ich hänge voll hinterher. Warte. Oh, die habe ich noch nicht. Warte mal, ich mache kurz was schauen. Äh, nimm mal. Nimm mal dein Fleisch hier wieder. Kann man das erforschen? Ja, klar. Ist aber schon. Das gilt für alle? Nee. Den hast du wahrscheinlich noch nicht. Doch. Watt? Ja. Den habe ich doch gemacht. Ach so. Okay. Du hast ihn direkt erforscht. So, was wollte ich jetzt machen? Ach, was ist das Schatz holen? Aha, gieß gar nicht. Halt. Doch, doch. Ach, gibt es nichts? Okay. Gar nicht, gar nicht. Gab es nichts. Ach, jetzt haben wir nicht so viel. Das reicht uns nicht. Das reicht uns nicht. Ach, dann nehme ich halt jetzt die... Äh, 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 äh. Mach ich halt die Erde. Alter, Flop. 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 Ich stelle jetzt den Quarry genau hier. Ach, verdammt. Ja, genau. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Ich brauche doch noch Zäune. Zäune. Ja, um das Gebiet des Quarrys anzustecken. Zäune. Das reicht uns nicht. Dick, das reicht mir auch nicht. Niemals. Ach, das reicht nicht. Das reicht nicht. Wie, was war das? Wir haben genug... Kann man das eigentlich... Wir haben kein Holz. Schau, ist es nicht. Wir haben genug Holz. Wir haben Holz. Wir haben sehr viel Holz, ja. Ein, zwei, viel. Zack. Äh, das kommt da hin. Es dampft. Ach, ich habe da immer noch Terra. Wo kommt das Terra auf einmal her? Huch, da oben ist ja noch was drin. Ups, das habe ich vergessen. Ähm... Da habe ich auch noch. Weiß Deck? Zweiß Deck? Dann sollte erst mal reichen. Erst mal klein anfangen. Jetzt dann. Komm, move dich rüber. Ich? Nein, ich meine... Da ist das... Das ist das Magie-Gedöns. Weg dich! Ich habe den ganzen Tag Zeit. Was denn da los? Warum geht das nicht rüber? Ich passe mal nicht mal ab. Ich stelle mal was anderes hin. Funktioniert das? Das geht direkt. Okay, jetzt ist das leer. Das brauche ich nicht mehr. Das geht auch. Ich will mich auf die Schippe nehmen, oder wie? Ah, jetzt geht das auch. Okay. Bing. Ist jetzt alles leer? Es schaut so aus. Habe ich jetzt alles? Mir fällt ja noch die Rüstung. Blub, blub, blub. Blub, blub. Ich hier wäre es hinter den See so. Wenn ich den See sehe... Brauche ich kein Meer mehr. Ach Gott. Ich glaube, wir haben doch bestimmt viel Leder, oder? Ein bisschen. Ein bisschen. Dann verbrauche ich das für die Rüstung. Hast du dir eigentlich im Livestream angekündigt, dass... Ja, habe ich. Du? War denn die Resonanz? Keiner gesehen. Das guckt sich eh keiner an. Ach, was mache ich denn da? Wie war das? Das Disaster wollte dann gleich einen 24-Stunden-Livestream haben. Leute, ich muss arbeiten. Du kannst ja arbeiten, ich gehe noch weiter. In dem Falle... Viel Spaß. Dankeschön. Warte mal, mal kurz das Testen. Okay, es verbraucht. Da schenke ich dir. Ah, perfekt. Ja, ich stecke hier ein großes Gebiet ab. Wir wollen ja ein bisschen was haben. The Lum biggest RMT. So. Jetzt wird es los. Das ist wahrscheinlich total übertrieben. Wir sind am Ende der Folge. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.